so hallo und herzlich willkommen zu let's play trouble in mein will ja ich bin schabler mein will auf die half es geht los und das was und man gezeigt wird ist nicht mein kammer denn mein kammer ist ein kleines bisschen besser aber nicht wirklich gut also um das geht schon los so steinschwert sehr alter meins ja ich hab's bekommen geilen bogen so ich mache mich hier dann gleich auf in richtung eisenschwert glaube ich wenn ich nicht ganz falsch bin ist es irgendwo da drüben ich brauche eigentlich holzschwert brauche ich nicht ich will nur noch das eisenschwert dann wäre ich schon zufrieden einiges eisenschwert das eisige ich fange nicht wieder an zu sehen wie damals in der aufnahme wie ich mit dem pixel gamer aufgenommen habe aber ich dachte schon hatte ich schneide ausgenommen so fünf vier drei zwei eins nein oh you are a traitor ja ist mir auch lange nicht mehr passiert dass ich ein traitor bin da ist gleich ein traitor neben mir auch nicht schlecht und ich gucke mal ob hier ein gegner irgendwo allein herumläuft ich folge hier mal meinem traiter freund drei inos das ist scheiße ich warte nur bis sie weg laufen und mein traiter freund gehen wir drauf jetzt 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 perfekt im moment so ein hätten wir mal dann nehmen wir gleich den nächsten hier sehr gut 2 und ich glaube hier gibt es keine enos mehr oh mein gott haben wir viele pfeile was ok wartet funktioniert irgendwas nicht ich dachte ich habe den zweiten habe ich nicht gekillt ich dachte das war ich du hast den zweiten gefilte ich dachte ich habe den gefilte ich dachte ich habe den gefilte ich habe ich 30 kamer allergott haben der karmammer haben ja ich suche wieder mal irgendwann allein laufenden inno alles traiter hier alter dass das ist mir noch zu riskant auf den zu gehen jetzt nicht mehr zu riskant Alter, war das schlecht. Hey, ich hab ne... Ah ja, ich hab ne... Sehr gut. Ähm... Oh nee. Was ist mit dir, Alter, stirb doch. So, ja. Ja, 2 Traitor Points. Sehr gut. Tja, Alter, bekomme ich hier nicht Traitor Pfeile? Egal. Traitor Pfeile. Hol ich mir mal ein paar. Ich hab hier 4 Creeper Arrows. Gefällt mir. Alter, hat er Nodob? Nee, das ist nicht Nodob Skin. Okay, ich könnte das mitten in die Menge schießen, aber so dumm bin ich nicht. Ich tu mal sowas, als würde ich zu ihnen gehören. Ja gut, das ist so ne einteitige Traitor Welle gegen die Innos davon, ne? Ich könnte das mit Creeper Pfeile wild um mich schießen. Ich dachte, das ist der Tester und vor dem hab ich Schiss. Tja. Ja. Everybody take the test. No thanks. I don't want to take the test. Ich tu so als würde ich nicht wissen, wo der Tester ist. Gucken wir mal, was sich da drüben tut und wie viele sind das noch. Ja, mehr als genug. Ich glaub, ihr seht jetzt schon, dass ich ein absoluter Trouble in mein Villnoob bin. Ich hab zumindest 2 Innos gekillt. Ist halt ein Wunder. Detektiv, Inno, Detektiv, Detektiv. Scheiße. Und hier laufen halt lauter Traitor rum. Detektiv. Ja. Detektiv. Ja, ich glaub auf den gehen wir mal. Jaja, zahlt sich ab jetzt aus. Jetzt zahlt er sich aus. Alter, stirb. Ja. Alter. Bogen. Komm her. So, warte, da muss ich jetzt umlegen. Alter, wer? Wer von euch pinnen war das? Regenerieren. Na, alter, regenerier dich. Alter, braucht der lang. Oh. Ich will regenerieren. Alter. Sieht nicht weg von hier. Ich könnte ja die Creeper-Pfeile nehmen, aber... Oh ja, das bin ich mit der Traitor, Freunde. Das ist gut. Ja, und hier wurde wieder ein Inno gekillt und jetzt geh ich mal mit den Creeper-Pfeilen drauf, glaub ich. So. Ja, schon wieder. Alter, nicht schlecht. Ich muss das bei Schwert machen. Nein. 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 Alter, wer? Von wem? Oh, er hat mich geschlagen, mein Freund. Oh, das ist noch wer. Wartet mal. So. Vielleicht mal. Oh ja. Wir haben gewonnen. Sehr gut. Das erste Mal, dass ich ungefähr in trouble man will irgendwas gerissen habe. Ja, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tönt. Tönt. Ich versuchze.